so wir starten die nächste mission und wir müssen jetzt irgendeine stadt esflux oder wir haben das ding heißt ja wohl mal schauen was uns da wartet let's go so dann so nach unserem sieg an der marit linie haben sich die truppen der achselmächte zu war die akarit nördlich von gab es zurückgezogen die gegend ist als lücke von gab es bekannt und mit dem mittelmeer auf der einen auf der einen und der arbeitläufigen salzümpfe auf der anderen seite ok die truppen der achselmächte können dort relativ leicht versorgt werden da zezile nicht weit weg ist ok solange wir hier an einer recht schmalen front aufgehalten werden kann das hauptkontingent der achselmächte der first army die seit der operation torsch westlichen richtung vorrücken die stirn bieten es gibt jedoch keine möglichkeit die falsche verteidigungsstellung anwalt akali zu umgehen daher müssen wir frontal angreifen und den fall von dort zu vertreiben im anschluss an den hoffentlich erfolgreichen durchbruch müssen wir weiter nach nord und vorstoßen und es fax einnehmen verhindern sie dass die truppen der achselmächte in großer zahl aus der lücke von gab es entkommen können da sie sich somit womöglich neu formieren können befolgen sie sie zurückfallen die zurückziehen den feindlichen einheiten und vernichten sie sie ok wenn es uns gelingt die stadt erstmals einzunehmen können wir endlich eine lückenlose front mit alliierten verbänden bilden die aus westlicher richtung vorstoßen ohne zweifel wäre dies ein entscheidender ein schritt zum endgültigen sieg über die achselmächte in nordafrika da wir mit vereinten kräften die verbliebenen feindlichen verteidigungsgruppen rasch isolieren könnten sie müssen damit rechnen dass der feind seine panzer reserven mobilisieren wird sobald wir die lücke von gab es hinter uns gelassen haben schlagen sie gegen an schlagen sie die gegenangriffe schnell und entschieden zurück damit wir unseren vorstoß nach norden ohne maßgebliche verzögerung fortsetzen können ok sprechen sie war der karte linie das ist die hier ok wow alle truppen ja wunderbar fünf einheiten hindern ja 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 ok ok mit den us-truppen gucken aber wir dürfen keine us-truppen britischen sektor aufstellen ok ja gut schwere infanterie der briten der amerikaner hier hinten das haben wir in artillerie das ist mir eigentlich hier zu wenig dann werden wir jetzt hier noch eine artillerie kaufen und zwar so eine hola ne hier hinten so panzerabwehr hierhin infanterie hierhin ja hier direkt durchstoßen das wäre richtig gut ja panzer hierhin hierhin dass sie hier schnell durchkommen panzerabwehr ich kann die einheit nur angreifen weil ja die geht nur mit infanterie anzugreifen die frage ist was kann man also ein panzer mitnehmen der straße müssten die da relativ gut mobil sein es wären sechs und dann könnte man noch eine eine das drei das geht machen wir das und wo noch den panzer damit ja so das passt so jetzt die luftwaffe der amerikaner zwei jäger machen wir mal ein bomber jetzt mit hier wo das ist jetzt kein fehler war und dann kommst du mit und dann sind wir was die amerikaner angibt fertig so die briten erst mal die artillerie ich habe drei von denen ok stimmt schon wieder letzten runde ja stimmt stimmt das haben wir gemacht dann stellen wir die drei auch auf würde ich sagen oder hierhin so schwere britische infanterie nach vorne bei den briten kostet es mehr kann sein weil ich einen punkt noch nachbessern musste auf der einen seite wäre es doch interessanter die panzer damit zu nehmen hierhin ich gehe ein bisschen nach hinten der panzer hierhin sturm geschütz ja mal ein team na du bist für infanterie geeignet ich lass den erstmal das ist eigentlich ganz gut in den gar nicht so schlecht leider hat eine bessere panzerung ist klar aber trotzdem ist ja nicht schlecht hier die pack und mit ist irgendwas besseres bei dem briten ist das echten albtraum an der abwehr so zwei dreier einheiten würde ich dann sagen feldschirmjäger ne kriege ich dann nicht die würde ich da hinkriegen eine infanterie würde ich da hinkriegen würde ich da eine infanterie hinstellen ja machen was jetzt haben wir noch zwei plätze du hast ein fahrzeug du hast auch ein fahrzeug du hast kein fahrzeug kriege ich irgendwas ja ich könnte ein pioniere das ohne fahrzeug ist das bringt das gar nix ne ja 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 dann passt obwohl dann könnte ich eigentlich vielleicht aus dem das machen 15 8 jetzt 16 sehr hat 16 und du hast 14 naja jetzt ganz gut er kann nichts einnehmen wo das ist egal so oft dann kriegst du jetzt das hier bleibt seit einem punkt übrig aber hey ist es halt so so hierhin irgendwas neues hier ne 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 mit feuer bleibt so Bombe Ja 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 Hierhin Hierhin Ah, dann war es das okay Ja Ich würde sagen, es ist okay Die Überlegenheit dem Panzer vielleicht ein bisschen mehr nach hier schicken Die Arztlurie dann hierhin Warte, komm mal Weg Mehr hierhin, ja Und die Arztlurie dann hierhin So Witzig runden, okay Ich denke, das Schwierste wird die Evakuierung hier zu verhindern So, der nächste Schritt Im Hauptquartier wird die Erwägung gezogen Verteidigungsstellung der Achselmächte mit einer Landung von zusätzlichen Truppen Bei, was Suse zu umgehen Sobald sie hinreichende Fortschritte erzielt haben Wird man sie um eine endgültige Entscheidung Diese Angelegenheiten bitten, okay Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal hier an Schicken dich mal da runter Äh, hierhin Hierhin Mh, pack hierhin Okay So Zwei, drei Mh, zwei, zwei Okay Gut, also Priorität ist hier durch Aufklärer Da ist ein Panzer Ja, sehr schön Oh, genial Direkt im ersten Zug durch Perfekt Zwei Zwei so wunderbar das hat doch gut geklappt ja gut dann das nächste das ist schon mal ganz gut das sind packstellungen ja und Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, 5, 3 Ah, 5, 3 Ah, 5, 3 Ah, 5, 4 Ah, 5, 4 Ah, 5, 5 Ah, 5, 6 das wäre noch weitergegangen okay okay pass auf dann kommst du hierhin in die park hierhin so du hierhin du hast schon ja 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 Okay, italienische Luftwaffe. Ah, Mist. Gut, aber jetzt kriegst du den, oder? Ja. Lass uns mal gucken, wie wir da jetzt vorgehen. Hier drauf. Hier auf die Arthory zu gehen, kann nicht schaden. Hier drauf. So. Oh, ja, skammer man. Oh, ja, skammer man. Jetzt muss man mal gucken, wie wir das hier machen. Hm. Okay. 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 Das hier. Und das hier. Oh, das ging einfach. Okay. 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 Mal zurück. Mal zurück. Das geht. Okay. der vormarsch hier ist ganz gut gelaufen ja der ist echt gut gelaufen kann man sich nicht beschweren ach ich habe hier unten noch nein da sehe ich gerade hier unten sind noch franzosen habe ich ja mal gar nicht gesehen gerade ok die luftwaffe ist weg das erste dann weiter go ok hier oh hier drauf hier 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 Tch. Hm. ich komme hierhin das passt sch 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 Du kannst mal hier landen. Wo am I hier hin? Hmm. Okay. 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 so was haben wir denn wo drin? infanterie den wird er nicht angreifen, ne mit sicherheit nicht ich würd mal sagen wir gehen auf die flak ah toll ja gut, den müssen wir verstärken komm ich nicht drum herum am besten den auch ah, ich hätte es können die Panzerung machen könnte er dann noch, er müsste ja da rein ja könnte er vielleicht, wenn es dumm läuft ok, aber wir haben jetzt hier die Briten, die helfen jetzt auch ein bisschen die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir gehen hier hin Und hier hin Ja, machen wir das Gut Ja, hier würde ich sagen, verstärken wir Und ich würde sagen, hier verstärken wir auch alles Gut Okay, Jäger Okay, der stärkste ist er hier Hier kommt er, glaube ich, nicht durch Weil da blockiere ich ihn auch Ja, 1, 3 Ja So, hinten ist noch ein Panzer Also nur ein Panzer 2 Hat er je nicht erhält Gut, aber Trotzdem all dem hat er jetzt hier keine große Durchschlagskraft Er hat eine gute Panzerung wohl, ja Okay Was habe ich denn vergessen? Euch Nee Ihr bleibt hier Der haut ab Wunderbar Ja, die hauen halt ab Ja gut, die müssen aber alle erstmal da hinten so hochfahren Einfach wird das halt auch nicht für die Wo kommt was? Okay So, dann sag mal, was da kommt Ein Bomber Das ist sehr schön Bomber Hm Hm Oh Mann in der Fresse Wieder nicht gestimmt So du kommst hier hin So das würde ich mal sagen räumen wir jetzt mal hier auf So So Jäger raus Ja dann rücken wir mal hier drauf vor Würde ich schon mal sagen Weil die Evakuierungszonen müssen raus Die hauen jetzt ab Ja die werden hier die Straße lang Die werden da ein bisschen brauchen Klar Aber In der Zwischenzeit müssen wir dann hier räumen Versorgung ist hier wieder gewährleistet Ja Okay So das passt hier auch So Ja den müssen wir jetzt weiter unter Druck setzen Die bleiben hier in Position Und dann Der ist ein Problem Der muss weg erst Oh nein Nein Der ist ein Problem 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 Jäger So Fünf Ja gut Ich könnte das noch machen Und tschüss So Jäger Getanken Okay Okay So Das hätten wir Ihr bleibt hier Oha Wie haben wir das Hm Da ist noch was Sehe ich gerade Okay Müssen wir mal gucken Was das ist Könnte das der eine Bombe sein Der wurde abgehauen ist Ja Wäre möglich Oh Ich weiß genau das Was ich wieder befürchtet habe Dass ich jetzt da rein sneak Ja Scheiße Ah Okay Wir kümmern uns erst um die Infanterie Hier ko Ja Da war Für Ist gut, wenn da der hingeht, klar, wer ärgerlich aber, dann wäre er auf jeden Fall aber weg. Das ist diese Puck hier, die deckt den wirklich, okay, äh, warte, was ist jetzt alles noch mal? Ja, das hat mich jetzt unbedingt eine Runde gekostet wohl, 2, 1, 3, 0. Ja, das ist das, was ich jetzt noch mal? Ja, da sind so. Ja, müsste, dass ich den jetzt schon bewegt habe, äh, Moment mal, kannst du, könnten wir machen und der Panzer könnte aber problematisch werden, obwohl er ist ein Panzer 2 oder so. So. Äh, ppppppp, Jäger. Ah, noch so einer. Ja. mh 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 okay aber die sind alle schwer angeschlagen ja er könnte mir natürlich kann man ja das wäre machbar wenn man das er deckt das dann eh ab erst mal so ja die sind alle wirklich schon eingekesselt in der hinsicht gut dann würde ich sagen hier mache ich ein cut wir sehen uns hier beim nächsten mal wieder und dann geht es weiter mit dieser schlacht bis dann und ciao ja